Auch in diesem Jahr wurde die Halbinsel Attika erneut von verheerenden Waldbränden heimgesucht. Hunderte Feuerwehrleute konnten der Kilometerbreiten Flammenfront in den vergangenen Tagen etwas entgegensetzen. Am dritten Tag dann gingen sie noch gegen einzelne Feuer vor. Einige der betroffenen Gegenden blieben auch nach dem großen Feuer ohne Wasser und Strom. Das Ausmaß des Schadens ist immens. Die Experten warnen nun, dass die Halbinsel Attika zu einer Art Wüste werden könnte, denn rund 40% des vorhandenen Waldes wurde in diesem und in den vergangenen Jahren ein Raub der Flammen. Untertitelung des Schadens. Untertitelung des Schadens. Das Feuer, das sich durch ein riesiges Waldgebiet fraß, erreichte das Stadtgebiet. In der Vorstadt Frelysia drohten die Flammen von drei verschiedenen Seiten. Auch in Neapenteli wurden viele Häuser in Brand gesetzt und zerstört. Die geschlossene Turnhalle der Stadt und die daneben liegende Schule wurden schwer beschädigt.